Und Action! Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir auf meinem Kanal. Ich habe die Ehre, Host zu sein bei der MetaQuest 3-Tour. Wir sind unterwegs in diesem coolen Tourbus rund um Deutschland und besuchen ein paar Freunde von mir. Ich darf denen allen ein Geschenk machen, und zwar die MetaQuest 3. Die werden wir jetzt schön verpacken, ein bisschen in ein Glitzerpapier mit einem persönlichen grünen Touch. Und dann schauen wir mal, was die Reaktion von denen ist und ob sie besser in den Spielen sind. Let's go! Let's go! Das ist jetzt wichtig! Cute, oder? Perfekt! So, wir sind jetzt bei Toni. Ich habe hier ein kleines Geschenk für sie. Und ich bin gespannt, was sie dazu sagen wird. Hallo! Hallo! Jushin, dass du da bist! Schauen wir mal, was ich für dich habe. Ja! Ich will mich wieder Weihnachtsmann. Wie Jushin das eingefacht hast. Ja, extra für dich. In grün zusammen. In der Grünschneife. Voll schön! Du hast es so schön eingepackt. Ich will es gar nicht kaputt machen! Oh! Die Katze Mühe umsonst! Oh! Bitte mit Schmackes! Ja! Yes! Ja! Ah! Schöne jetzt an! Ich freue mich! Geil! Ja, vielen Dank! Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Uff! Mhm. Oh! Okay. Was war das für Geräusche? Ich liebe dich dir, Lara! Ja, oder? Ich liebe Sachen auspacken. Okay, dann würde ich sagen... Let's go! Let's go! Wow! Ja! Übel cool, oder? Jetzt kann ich das rumschieben! Ich kann das... Oh! Ich kann das auf dein Gesicht machen! Oh mein Gott, ist das cool! Hä? Das ist ja übel fresh! Hey! Was? 57.000? Hey! Es gibt Leute, die haben 262.000 Punkte! Glaubst du, das liegt am Geschwärigkeitsgrad? Experten mache ich jetzt! Kann ja nicht sein, dass ich da so wenig Punkte habe. Das kratzt an meinem Ego! So! Woah! Woah! What the f... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist unmöglich! Das ist ohne Witz unmöglich! Ich hab das! Easy! Woah! Ja, okay, hab verloren! Komplette Katastrophe, oder? Ja, hab verloren! Nach wie vielen Sekunden war Spiel vorbei? Sieben! Bei mir auch! Toni, einfach die coolere von uns beiden! Ja! T! Gefesselt! Was? Oh mein Gott! Es hat abgebrochen! Wieso? Weil ich zu schlecht war! Was? Ich kann's grad nicht fassen! Es ist doch leicht, oder? Ja! Guter Versuch, aber Spiel vorbei! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist komisch! Oh mein Gott! Ich seh dich im Spiel! Das ist ganz seltsam, dich zu umarmen! Das war grad wie in so einem Videogame, wo man so einen NPC umarmt! Das gefällt ihm nicht, wenn ich das mach! Das gefällt ihm nicht! Das gefällt ihm gar nicht! Das mag er nicht! Nein, das mag er nicht! Das mag auch nicht! Er mag das nicht! Ich hatte noch nie so viel Spaß! Oh mein Gott! Du machst dich über mich lustig, die Lara! Nein! Ich lache mit dir! Aha! Das haben sie in der Schule auch immer gesagt! Meine Lebensanzeige ist auf null, aber ich hab's noch geschafft! Ey! Es sind nicht mal zwei Sterne, es sind nicht mal eineinhalb Sterne! Es ist ein Stern und eine Mitleidsspucke! Es sind 34.000! 34! Ich hatte auch nicht viel mehr, ich hatte 54.000! So ein Fazit? Ja! Ach, ich soll das sagen? Ja? Es hat sehr viel Spaß gemacht! Ich schwitze, es ist ein gutes Workout! Es ist wirklich ein gutes Workout! Du brauchst wirklich so fünf Maps und dann bist du fertig mit deinem Workout! Dann hast du Zumba gemacht! Wirklich! Es gibt auch ein Zumba-Game! Ah! Cringe ist Content, Leute! Cringe ist Content! Toni, es hat mega viel Spaß gemacht! Vielen Dank! Dankeschön fürs Vorbeibringen! Auf uns sehen wir uns beim Video! Komm gut weiter! Tschaui! Ciao! Guten Morgen! Heute ist der zweite Tag! Wir sind gerade in Stuttgart! Ich freue mich auf heute! Ich glaube es wird lustig! Und ich hoffe, ihr freut euch auch! Ich stand an einer roten Ampel und ich war ganz allein! Hinter mir war ein Bus! Und er fiel mir rein! Er hupte mich an! Hup! Morgen! Also jetzt sehe ich aus wirklich wie so ein kleiner Rockstar, ne? Hier so mit der Kapuze und so auf! Als nächstes besuchen wir Sascha und übergeben ihm sein Geschenk und ich bin sehr sehr gespannt auf seine Reaktion! Wir sind jetzt bei Sascha zuhause und ich glaube er weiß gar nicht, dass wir hier sind und wir klopfen einfach mal! Ja? Die Lara? Sascha! Irre, was geht? Guck mal! Ich habe ein Geschenk für dich! Und ich habe extra eine grüne Hose für dich! Oh mein Gott! Und ich habe ein Geschenk für dich! Dankeschön! Was könnte da noch drin sein? Ich weiß es nicht! Ich mache es auch! Du weißt, du hast es doch verpackt! Oh, stimmt! Ich packe aus, ich bin aber nicht so der schöne Auspacker! Okay, reiß auf! Ich reiß es einfach! Und es ist Rommelwirbel! Die Meta Quest 3 VR Brille! Let's go! Schauen wir mal, ob du besser bist oder nicht besser! In dem Tanzspiel! Nein! Ich habe gedacht, wir golfen! Nein, wir tanzen! Wir tanzen Sascha! Wir tanzen! More Passion? Ich glaube, du schaffst das schon! Ja, tanzen! Let's go! Tanzen! Juhu! Oh Gott! Du sagst, das heute in dem Video ist gesponsert von Dann drehst du! Dann warte ich, bis es langsam wird! Dann komme ich rein! Die Lara? Die Lara? Ja, auch mit dem Smile! Okay, irre! Geil! Aber haben wir es dann schon? Wir haben es hier! Wir sind hier fertig! Das wird jetzt ein epischer Moment, die Lara! Du weißt, sobald die Brille auf ist, ist dein Untergang! Ich weiß! Ich bin ein anderer Mensch dann! Ja! Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Bauchtanz-Training davor! Wie lock hast du deine Hüfte zum Beispiel? Ja, einfach ein bisschen so kreismalen, ein bisschen so Uh! Uh! Ein bisschen weiter runter! Genau! Ein bisschen mit denen einfach so Bumm! 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 Die Lara, ich sag dir jetzt so wie es ist! Ich habe mich noch zurückgehalten die ganzen Jahre! Ich kann besser tanzen als du! Ich fordere dich hier raus! Normal! T-Pose! Ey, ich bin Profi! Also, dass ihr hier bei mir seid, ist ein fataler Fehler von euch! Ich habe 3,5 Sterne! Wie viele Münzen hast du? Da steht 117! Münzen 73 von 73! Und da steht Wende 48 von 53 nur! Warte mal! Er war ja richtig gut! Und ich habe Punkt da! Festhalten! Ich habe hier gerade überall Konfetti übrigens! 90.704! Also, wer es mir nicht glaubt? Ich sehe es! 90.704! Ey, du bist einfach besser als ich! Weißt du was? Ich muss das jetzt auch noch mal machen! Weil das kann ja nicht sein! Du bist so glücklich gerade! Ich sehe das! Wenn du so weitermachst, hast du vielleicht dieselbe Punktzahl wie ich! Ey, ich glaube ich war besser als du! 109! Was? 109! Also, das war schon sehr, sehr krass! Aber, wenn du jetzt Experte schaffst! Okay! Dann bist du offiziell mein Held! Experte! Das klingt nach mir! Let's go! Ich lieb's! Oho! Was ist das denn für einer? Hä? Das geht doch gar nicht! Wie viele Sekunden? 0,007! Ja! So wie wir alle! Also, sieben Sekunden! Oh mein Gott! Ich glaube ich! Acht Sekunden! Ja, okay! Ja, okay! Ah, okay! Ja! Ey, so Sachen zerhauen macht halt so Spaß! Okay, die Lara? Ich weiß nicht, ob bei dir Feuerwerk war! Bei mir ist Feuerwerk! Und 122.514! Weiß was? Ich glaub dir das nicht! Du glaubst mir nicht? Nee, ich glaub dir das nicht! Hier ist überall Feuerwerk! Kann nicht sein! Wenn du schon sagst, das kann nicht sein, dann hab ich gewonnen! Oh mein Gott! Ich hab gewonnen! Ey, die Lara! 122.000! Ja, ich wünsch dir viel Glück! Dankeschön! Aber weißt du was? Ich lass das nicht auf mir sitzen! Es gibt eine Revanche jetzt! Was hatten die anderen bis jetzt? Schlechter? Ja? Habe ich den Highscore? Du hast den Highscore! Ja, du hast den Highscore! Aber nicht lange! Weil jetzt hab ich gleich den Highscore! Weißt du, wo du rechnen kannst? Nach Hause! Nach Hause! Ihr seid wirklich hier zum Falschen gekommen! Jo, der kann sowieso nicht VR-Brille spielen! Ich bin dafür geboren! Siehst du so einen Multiplayer, die Lara? Was? Mir geht's super, Sascha! Na ja, ob du so einen Multiplayer siehst! Ja, ja! Sieht nicht schlecht aus, glaub ich! Ich hab keine Ahnung! Wenn du so mal beim Streamen konzentriert wärst wie gerade, wärst du nicht so schlecht in Videospielen! Aber du hast recht! Ey, woher weißt du, dass ich schlecht im Videospielen bin? Schaust du meinen Stream? Er ist secretly ein Fan anscheinend! So einfach der erste Eindruck! Insane! Oh mein Gott! Niemals! Oh nein! Ja! 124.000! Ja! Wie schlecht! Wie schlecht! Wie schlecht! Wie schlecht! Yo! Yo! So, es ist höchste Zeit für euch zu gehen! Hat mich sehr gefreut! Die Lara! Wirklich schöne Farb, wohin fährst du jetzt! Ist mir auch egal! Kommt weg nach Hause! Ich wünsche euch viel Spaß! Danke für die VR-App! Du bist ein richtig guter Verlierer! Checkt das gerne ab! Ich bin wirklich ein guter Verlierer! Ich bin wirklich ein guter Verlierer! Ich bin wirklich ein guter Verlierer! Ich bin der beste Verlierer! Also ich hab alles erreicht, was ich erreichen wollte! Ich hab Sascha besiegt! Zum zweiten Mal! Ja! Nachdem er Trash-Talk die ganze Zeit! Ich kann jetzt heimgehen! Ey, das Video knallt mehr auf lautlos! Ey Sascha, das hat mich mega gefreut! So gut verlieren kann er dann anscheinend auch nicht! Ich dachte, ich komm einfach mal rein im Deck! Ist das nicht normal oder was? Nee! Achso, ja okay! Dann hau ich ab! Bitte! Jetzt aber Dalli! Warte mal, was machst du in meiner Straße? Warte mal! Warum liegt hier Strom? Was? Okay! Ciao! Cool, dass ihr da seid! Noch cooler, dass es hier geht! Ciao! Boop! 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 Oh nein! Nein, das ist doch schlecht! Das ist doch schlecht! Wir müssen nochmal! 800 hätten es eigentlich schon sein müssen! Wir spielen hier gerade 1 gegen 1 mit Hotelgästen! Wir sind nicht ganz ange... Oh mein Gott, du hast mich abgelenkt! Du hast mich abgelenkt! Du hast mich abgelenkt! Guten Morgen! Ein weiterer Morgen! Oh mein Gott! Wir sind in Köln und wir besuchen heute Theresa und Rick. Wir kriegen ein Geschenk und gucken, was deren Reaktion ist. Ich freue mich! Wir freuen uns! Schauen wir mal, was wird! Wir sind jetzt bei Rick und Theresa. Ich habe beide Geschenke dabei und wir klopfen einfach! Einfach mal! Hey! Oh mein Gott! Alles gut! Ich freue mich, euch wieder zu sehen! Ich habe Geschenke für euch! Dabei! Merci! Okay, ich bin gespannt! Checkt aus! Ich hoffe, es gefällt euch! Alles klar, wer schneller ist, oder? Ja, zerreißt es richtig! Yeah! Ja! Was? Woo! Yo! Wie fresh! Ist das die Neue? Das ist die Neue! Mhm! Hinterquats 3! Sehr, sehr nice! Und wir spielen damit jetzt Spiele und danach gibt es eine Challenge! Gucken wir mal, wer besser ist! Im Tanzen aber, Rick! Ich nehme alles zurück! Ich nehme alles zurück! Das ist doch noch eine Chance für mich! Das ist nicht die Realität! Wir tanzen sehr gerne mit Rick! So, Rick! Wir machen eine Challenge! Ich möchte, dass du ins kalte Wasser geworfen bist, geschmissen bist und du musst jetzt einmal das ausprobieren! Es geht los! Jetzt geht's los! Digga! Der Dab kommt gleich! Ey! Nein! Nein! Digga! Was ist das? Mehr Booty Shaken! Ey! Yeah! Man merkt, du bist warm geworden! Und jetzt? 95.432! Das ist richtig gut! Woo! Let's go! Let's go! Da siehst du mal der Tätzer! Ey! Oh! Okay! Jetzt wird's spicy! Sah gekonnt aus, muss ich sagen! Ja! Hast du irgendeinen Tipp für mich? Ich hab Spaß! Ha! Super! Danke! Hier hau ich auch! Ich seh euch! Yeah! Dieser Hipsschwung! Hä? Ich hab nur dreieinhalb Sterne! Wie viele Punkte hast du? 92.660! Ey, okay! Wie kann er mehr Punkte haben als ich? Er sagt mal, ich hab das richtig motiviert gemacht! Gibt's Konfetti gerade? Ja! Gibt's da oben ein Feuerwerk? Ja! Okay, ja dann! Ist doch alles super! Und? Neuer Rekord! Auch 95.000! Oh! Aber warte! Wie viel hattest du? Wie viel hattest du? Ich hab 95.251! Wir müssen der Sache nachgehen! Wir müssen der Sache nachgehen! Wir müssen der Sache nachgehen! Rick! Revanche! Yes! Eigentlich will ich nicht dein bestes sehen! Eigentlich kannst du auch ganz gechillt machen! Ja! Ich mach extra locker! Aber dann wird's noch peinlicher, wenn du trotzdem verlierst! Kannst du schon mal so anteasern, wie viele Punkte du gerade hast? Ne! Das bleibt eine Überraschung! Ja! Okay, Rate? Weniger! 96.000! 149! Fünf Sterne! Bam! Da hast du ihn! Ernsthaft? 148! Sorry! Ernsthaft? Nee, das gab's noch nie! Gib mir sofort deine Brille! Rekord! 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 So sieht es aus! Ernsthaft? Er hat alle Wände und hat nur eine Münze verpasst! 148! Das gab's noch nie! Ich freu mich grad! Ich freu mich grad! Expertenmodus! Mehr als sieben Sekunden und du bist offiziell der Held dieser Tour! Okay! Wow! Wow! Es sieht so gut aus! Oh, Digga! Was ist das denn? Das hab ich noch nicht einmal gesehen! Wie viele Sekunden? Genau sie Sekunden, Digga! Oh mein Gott! Was? Würde ich so eine Disziplin hätte, der ich besser war! Was war das? Was war dein Rekord? Ach, Alter! Darf ich noch einmal? Darf ich noch einmal? Zehn! Nein! Da ist er! Da ist er! Ja, irgendwie gönn ich's dir! Gigi! Freut mich! Ich gönn's dir nicht! Oh nein, nein, nein! Es wird gleich wieder geklippt und auf TikTok gepostet! Mann! Ich hab alles richtig gemacht und ich hab 134.900! Boah! Voll krass! Ja, aber ich hab wirklich... Aber ich hab fünf von fünf Sternen! Okay! Dann muss ich einfach zugeben, dass Rick halt einfach der bessere Dänzer ist. I'm your friend, I can be you! Mann, das war mega schön! Ich hoffe, du bist jetzt nicht so traurig! Ich komm bald wieder! Es ist okay, dass du gewonnen hast! Sehr gut! Mach's gut! Bye-bye! Alles Gute bei euch! Ciao, ciao! So, das ist jetzt das Ende unserer Tour. Ich danke erst mal Meta, dass ich hoste einen Luch von der MetaFest 3 Tour. Es war sehr, sehr cool, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr genauso viel Spaß mit euren Freunden haben wollt, wie ich die drei Tage, dann holt euch doch gerne die MetaFest 3 rein, das ist in der Infobox verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag.